Willkommen zurück bei der Frau Hintertaschintanats, der Monkey wieder hier. Und gerade enough games. Ah ja, wir machen gleich weiter. Ja, übrigens, die vorigen Aufnahmen 11 bis 15 sind wahrscheinlich alle defekt und ich darf sie dann alle präparieren. Ich glaube, du musst die beleuchteten Bilder vermeiden. Der Ton ist versetzt, extremst. Und ich weiß nicht warum. Manchmal hat er diese Leiden, das zeige ich jetzt mal. Okay, aber wir machen jetzt trotzdem weiter. Ich werde jetzt schauen, dass ich den Ton vielleicht fixen kann, also reparieren kann. Hallo, Laser, der mich plötzlich tötet. Sehr lieb von dir. Achso, die... Ich habe mir nie gesagt, nein. Es ist zu gut, Lego zu spielen. Ja. Lego, Lego, Lego. Oh, come on, ich bin noch nicht draufgetreten. Auf Zehenspitzen daran vorbeischleichen. Nicht rennen oder springen. Ah, okay, da müssen wir schleichen. Achso, schaut das aus. Hey, Robo. Äh... Hm, vielleicht dann drüberhüpfen? Nein, das habe ich schon versucht. Da kriegst du auch einen Schock. So, ich setze wenigstens... Ach Gott, jetzt ist der schon wieder... Hey, hey, kommst du kurz zu mir wieder? Aber ich bin fast da. Okay, nochmal. Ah, dazu kann ich nicht hüpfen. Du darfst nicht hüpfen, oder? Ich kann nicht einmal hüpfen, doch. Komm, äh, warte mal kurz. Achtung, jetzt folge mir kurz. Na, komm zu mir. Was machst du? Komm zu mir, komm zu mir. Ja, ja. Siehst du jetzt, siehst du da hinten? An dem Mikromanager. Ja. Die können nachher beim Mikromanager, wenn er sich dreht, kannst du hingehen und den Ängterhaken schießen. Äh, er hat das Ding kaputt gemacht. Äh, nein, weil du gesperkert hast, darum ist das jetzt weg. Okay, warte mal. Ach, hör auf. Versuch mal was. Ja. Kann ich nicht, irgendwas ist mir machen. Ja, toll. Ja, ich muss mal stehen bleiben. So, dann müssen wir generell, äh, aber du hast schon eingekillt, anscheinend, okay? Ich habe gar nicht gekillt. Ja, wir haben aber eben eins gekillt. Warte mal, kann man den schieben? Wieso werde ich gegrillt, wenn ich stehen bleib, das verstehe ich nicht. Soll ich, äh... Irgendein Mikro-Menschen mit mir kaputt gemacht, aber wenn es nicht da dauert. Ja, der fliegt eh hin. Pass auf, wenn er bleibt, blablabla, blablabla, blablabla. Er fliegt dann eh nachher zu dir, dann kannst du das machen. Aber ich lage mal her, vielleicht kommt er noch. Okay. Okay, du mich auch komisch ist, und wie so kann ich nicht mehr laufen? Ich bin drüben, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Äh, ich mache den Wegfahrer, irgendwo. Okay. Ach, wie immer du es geschafft hast, danke. Ich bin irgendwie drüber gesprungen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zuerst ging es irgendwie nicht, und dann ging es plötzlich, und dann ging es wieder nicht. Wir werden es nicht hinterfahren. Ach, das ist das, ja, die Kabel, ich weiß schon. Das waren die, was die, die Hacker an oben. Ah, okay. Ich bin irgendwie so genervt, dass die vier Parts jetzt, der Ton kaputt ist. Oh, ich muss nur spielen, damit das dann funktioniert. Es wird anstrengend werden, aber ich werde es schon irgendwie schaffen. Entschuldigung! Los, lassen wir das Ding einfach runter. Oh, Entschuldigung, der Ecke ist halt dein Herz, oder? Was? Oh, nein, ist okay, wir werden schon wieder eins. Benni, wie läuft es mit dem Schild? Wir deaktivieren den Schild gerade. Nein, jetzt ist es soweit! Darum nun der letzten Folge von Wo ist meine Hose gestartet. Was sagst du da? Davon war nie die Rede! Okay, warte. Warte mal, was ist hier? Oh, da geht es nicht weiter. Ah, ich war schon in den Drehschau. Was? Bei dem, wo du jetzt gerade stehst, kannst du nur schleichen. Hier kannst du normal laufen, das heißt... Hup, kann ich rüber, siehst du? Jetzt musst du wieder schleichen, weil du sonst zu laut bist. Jetzt habe ich es kapiert. Hup, und bin schon drüben. Wenigstens wissen wir es. Wir bewegen uns schon wieder. Dieser Typ ist unglaublich. Benni, tut mir leid! Durchtrenn einfach das letzte Kabel, bevor wir noch im Schmelzofen landen. Äh, Benni, wie hat die wir den Schild jetzt? Bad, bad. Suche nach albanischen Restaurants. Was? Nein! Ich habe nie was gesagt von... Ich kann sie nicht verstehen. Everything is also... Kannst du es jetzt verstehen? Oh, yeah. So, das haben wir geschafft. Gut, machst du mir das letzte Deckel auf? Achso, ja, Entschuldigung. Ich war abgelehnt. Ist ja kein Ding hier, ne, Batman? Ja, ich habe meine Sound-Ufels nicht. Doch, meine Ufels nicht. Genau, ich habe kein Zahn-Zicht im Jahr, oh Gott. Ach, da fliegen wir aber alle runter, ey. Das war ja kein Interesse. Wünscht mir Glück. Sieh zu, dass es mich nicht trifft. Sieh zu, dass es hier explodiert. Warte, will da jetzt runtergehen? Da ist was. Okay, dann spring runter. Meini, was ist da los? Uh! Ach komm, du unterbinierst mich! Nein! Nicht so! Lass mich mal an! Ich komme mit der Zeitung. Ich bin jeden Schick unschädlich! Schicks wird deaktiviert. Was? Okay, mich geht einmal vor, okay? Ja, ich auch. Okay. Hast du es eingesammelt eigentlich, das Gelgold? Können wir es einsammeln? Komm, nächstes Mal machen. Okay. Wenn das jetzt weitergehen wird, ja, wird es sogar. Okay. Ich hoffe, wir lassen filmen. 3, 2, 1, los geht's! Lucy! Lucy! Warum, was ich zugemacht habe, denke ich? Das wäre dann eigentlich alles gewonnen gewesen. Okay, den haben sie ganz gut umgesetzt. Ich sehe, bist du aus Versehen in meiner Ideenfabrik gelandet. Ich habe übrigens ein paar Freunde von dir dabei. Und damit meine ich... Alle! Passable Arbeit, Bad Corp. Danke, Sir. Aber da, zerstört diesen alten Mann sofort. Okay. Hey, Vitruvius, hier drüben. Warte! Ich befreie dich gleich. Ups. Danke. Befreie die anderen mit einem Vitruvius. So, jetzt bin ich von, wer du bist. Hier waren Vitruvius, nehme ich an, weil ich von Player 1. Oh, Gott. Das ist süß. Ich sammle bei allen Sachen. Okay. Ja, ich bin Betsy. Die Sachen stellen feuern! Das ist alles mit dem Schatten. Hilf mir jemand! Au! Ja, Mann. Los, befreie mich endlich! Ja, ja, lass mich mal einsammeln. Nein! Kann mir bitte jemand helfen? Oh! Bitteschön! Ich kriege die Handschellen nicht auf! Hilfe! Ja, wenn ihm vielleicht zu mir laufen würde... Ich glaube, du musst sie befreien, oder? Ich will noch mal ein bisschen sehen. Diese Handschellen machen mich traurig! Ja, tut mir leid! Ich kann sie nicht aufmachen! Was? Die Handschellen! Ich weiß nicht mal, wo die sind! Die sind auf den Leuten! Wie auf den Leuten? Die haben sie an! Ja, ich sehe sie aber trotzdem nicht! Ja, wenn du zu mir kommst! Ich muss gegen den Typen kämpfen! Okay, warte! Ach, da ist der Loot Business! Ah! Ja, da hinten! Der hat mich gerade gekickt! Ich sehe es gerade, ja! Also, okay! Da kann man eh nichts machen! Oh! 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 Allein noch nicht bitte, bleib stehen! Nein, auch nicht bitte, bleib stehen! Ah! Ich glaube, ich weiss schon wie! Abschießen! Wie gut wie du! Siehst du? Ja, du wirst! Toll! Danke! Geht doch! Danke! So, was du? Ey! Jetzt zeigen wir diesen Typen mal, wer hier der Boss ist. Das bin übrigens ich. Kapiert? Glaube ich nicht. Robo Army! Aber das ist halt cool jetzt. Aber die tanzen nicht. Ja, ich bin noch ein bisschen enttäuscht. Ich finde immer noch mein tanzendes Skelett nicht. Ich meine, auch wenn es nur ein kurzes Spiel eigentlich ist, ja, es ist kein tanzendes Skelett. Also, wir müssen, die können wir nicht bekämpfen. Wir brauchen da... Okay, da war eine Grube, wo ich nicht reinspringen hätte sollen. Ah, du auch? Ja. Wir brauchen jetzt irgendwie einen Laser, um ihn zu befreien. Oh, was haben wir denn? Ich habe schon ein Speichern. Speichern. Also, da ist ein Laser. Irgendwer hat ein Laser gerade verwendet. Ich bin echt. Wieso kann ich... Achso, du drück mal X, bitte. Keine Ahnung, warum ich drücke und... Ah, die Robos können Laser machen, schau. Warte, ich leck dir mal her. Robos! Robos! Achso, okay. Keine Ahnung. Was müssen Sie machen? Wer kann Laser, weiß ich. Ach, dann... Wir müssen sie reinhacken irgendwie. Au! Sag's mir später. Leider wirst du dann zerstückelt sein. Lauf einfach mal weg. Ich schau mal herum, was haben wir da. Wir haben hier eine Station. Vielleicht müssen Sie die Resetat aufschauen. Nein, nein, nein. Wir müssen ein Hex-Hüttingens finden, damit er sich einhacken kann. Wirklich, wie ich glaube, ist das dran. Duplpidubidu. Drapidu. Drapidrus��들이 lauf dir rum. Ich weiß, ich weißitzer. Ein chilambier. Wo sind die Robos jetzt? Ach so, die Robos auch. Ach so. Robo ist ein bisschen süß, aber du musst einen anderen Weg finden. Komm mal mit, komm mal mit. Er kann Silber besiegen eigentlich. Er, oben da. Er kann es mit den Kanonen abschießen. Komm mal her und stelle ich so zu mir. Warte, bis die Laser kommen und dann versuchen wir das irgendwie... Au. Schieß deinen blöden Le... Oh, ich fühle mich fast dazu genötigt, mich zu entschuldigen. Wehr dich aber nicht. Ah ah. Okay, jetzt habe ich mich verwirrt, okay. Au. Ah, ich habe das Roboskelet runtergehauen. Ja. Vielleicht kann ich das Bending hier machen. Ne, wie will ich da, dass er denn... Aua. Dass er den Laser da hin schießt. Ja, das sollen wir ja auch so, glaube ich, machen. Aber er macht das nicht. Aua. Hm. Ich habe übrigens schon zwei Roboskeletze runtergehauen. Ach, die kommen nicht mal wieder nach, okay. 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 Oh, okay. I got it, I think. Wo ist denn Mrs. Wildstyle? Ach, die ist ja... Die ist entführt... Nein, da ist sie. So, Wildstyle. Das konnte klingt auswählen. Noch nichts habe ich gemacht. Aaaaah. Wir müssen nur schauen. Genau. So. Ach Mist. So. Du musst halt nur lang genug jetzt unten aushalten, okay? Ich glaube sie mal weg. Ja. Wir fördern mal die Reihe da unten. So, dass wir es da unten machen wie Emmett. Kannst du mal kurz Emmett herbringen? Weißt du, du hast die Emmett. Ja, ja. Ich bin trotzdem irgendwie nicht fair, dass das Kitty nicht im Wage-Modus das zerstören kann. Ah, ah, da haben wir auch schon. Für... nein. Da muss, glaube ich, eh Ben drauf. Da muss auch Ben drauf, ja. Wie die Astronauten können das. Oh, ich sehe sie. Ich bin unterwegs, keine Sorge. Hi. Ich finde es so toll wie er läuft, der Ben. Wie ein Astronaut. Acht auf. Ja, wieder reinhacken. Ja, ja. Das heißt, wir werden ja schon. Get ready, fight! Ah, jetzt haben wir zwei. Na ja, das wird schon. Aber noch für einen 1 zum Hacken. Versuchen wir mal die beiden irgendwie abzunehmen. Hey, Virus. Körme. Körme. Körme, ja. Guter Virus. Körme auch. Verfolgt mich, nicht sie. Wie? Ja, ich bin ja eh uninteressant. Cool, jetzt bin ich ein Skelett. Setze deine Laser um rein. Ich tue es ja schon. Bin ich unterwegs. Bin ein ganz normales Robo-Skelett. Ganz normal. Danke. Tretet zurück. Jetzt wird's schon angenehm. Was macht ihr Knallköpfe da? Oh, yeah. Oh, der steht immer noch da. Ah, cool. Äh, nein. Ich will der Dings sein. Der ist gerade. Ah, gut sehen. Das ist, äh, Ben. Das ist, äh. Das ist, um das Power-Links in der Mitte zu treffen. Nein. Das hier. Nein, den musst du. Wenn nicht, dann ein, dann unser Böserwicht. Du musst das Geld abknallchen. Und dann fixiere ich dich mit meinem Kregel in einer peinlichen Position. Zum Beispiel, wenn du an einem Hunde-Pupo schnüffelst. Okay, das ist großartig, das Reakult. Was ist denn noch eine? Hier sind zwei. Ja, der eine ist der Ben. Wird gefeuert. Warum könnt ihr nicht gerade ausschießen? Ich glaube, ihr müsst nochmal in die Ausbildung zurück. So, weil die war Herz. Hm? Also die Herzen, ja. Eins noch. Ja, doch. Schon weg. Nein, das ist der Ben, der da steht. Eigentlich hatte ich nicht vor, euch das zuzumuten. Aber wenn ihr euch ständig weigert, einfach zu sterben... Ah! Ihr glaubt, er könne mir etwas anhaben! Scheinend, ja. Ah, weh. Ah, ist jetzt schon ein Batman? Oh. Oh. Warte mal, wir musen Tobias. Ah, ich hab ihn schon. Okay, dann wegsicht zu Batman, so. Äh, Lightstyle. Um den Arm abzuschrauben. Scheiße! Wokum, wirklich? Äh, vielleicht da hinten locken? Nein, ich mach schon... Ich schraube ihm gerade die Beine ab. Ach, sieh... Ja. Ich denke mir, sowas geht jetzt. Also die Arme hab ich abgeschraubt. Ach so. Sorry. Willst du sagen nichts machen? Bleib doch mal stehen, nu. Kameratest du nicht, Chef? Ja. Gib schon auf! Au. Ist okay. Ach so, wir müssen warten, wir müssen einmal zu sticht, okay? Na komm, sticht zu. Da zum Beispiel so. Willst du auch keinen Rage Modus gehen? Mein Gott, das ist sowas kompliziert zum Ziel mit dem. Los! Jetzt hab ich's. Yay! Ah, jetzt wo Batman. Willst du Batman sein oder...? Ich... gerade... Du bist gerade gepatzt. Soweit ich Batman heiße. Mischen kann ich immer noch am besten. Ja. Mischen ist gut. Los, Emmett! Warte. 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 Halt dich gut fest, Emmett. Ja, hab dich auch vor. So, okay. Ich muss berückschalten, okay. So, Emmett! Jawohl, ich glaube irgendwie, dass das Spiel fast wieder gleich aus ist. Also... Es dauert nicht mehr so lang, Leute. Warte. Siehst du, Emmett? Ein verdorbener Geist ist nichts gegen die Reinheit der Vorstellung. Er wirken. Betréecht. Betragなんです. Ja. S war sehr, sehr heftige, sehr heftige Zähne im Film. Ghostly. unehmen Ja, du bist so verständlich. Sei froh, Schneeflocken Menschen. Du bist so verständlich. Du bist so verständlich. Du bist so verständlich. Roboter, bring mir das Präzisionsschwert. Ja, Lord Business. Du bist so verständlich. Du bist so verständlich. Du bist so verständlich. Und plötzlich bist du ein Niemand. Oh, dafür gibt es einen schönen Platz in meinem Reliquierstein. Oh, oh, so ein Pech. Ich glaube, wenn wir den Film noch nicht gesehen hätten und der zuerst gespielt hätten, ich glaube, da wären wir auch nicht so böse gewesen. Ja, das stimmt. Mit dem Koffer. Ich nimm's nicht persönlich. Ist nur Business. Lord Business. Ciao. Ich glaube, da wären wir noch begeistert gewesen, wenn wir die Stimmen gehört hätten. Das stimmt. Ja, ist doch praktisch. Du, das Dings auf das Dings. Oh, wir haben doch schon viel. Ja, also die haben wir ja schon alle. Aber gut. Man muss nicht weiter. Nee, noch nicht. Wir werden jetzt einen Schnitt setzen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Meine Freunde. Bye. Bis zum nächsten Mal.